Hallo liebe Schlagzeuger! Hier ist Matthias von Time2Groove aus Görlitz. Ja, heute starten wir hier die Reihe Time2 Ensemble Workshop Songs. Es gibt ja wohl selber Ensemble Workshops. Als erstes ist heute Learning to Fly von Tom Petty. Bisschen in der easy Version für meine Schüler mit Trommel. Viel Spaß! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020